Kleine Fenster eingeblendet, Wlodomir Zelensky, der ukrainische Präsident, war ja gestern nach London geflogen, dann gestern Abend nach Paris, wo er unter anderem auch den Bundeskanzler getroffen hat. Und jetzt wird er in diesen Sekunden, Sie sehen es gerade hier im EU-Parlament in Brüssel erwartet, das Blitzlichtgewitter zeigt uns, ist gerade angekommen. Und wir werden nachher dahin schalten, wenn er dann im Parlament das Wort ergreifen darf und wird. Doch hier im Bundestag, ich muss gerade mal sehen, ob wir noch ein wenig da bleiben können, geht es nämlich auch mit einem interessanten Thema weiter, was sehr wichtig ist hier in Berlin, nämlich der Bau der A100. Das ist auch ein wichtiges Wahlkampfthema hier in politischen Berlin. Und ich muss jetzt mal schauen, wir sehen eine Riesentraube und im Deutschen Bundestag macht sich Mario Czaja fertig, der Generalsekretär der CDU. Das wird jetzt hier sicherlich Wahlkampf pur nochmal werden über die A100, ein wichtiges Verkehrsprojekt, was der rot-rot-grüne Senat hier ablehnt. Und ich glaube, jetzt sehen wir hier Herrn Selinski nochmal mit den Begrüßungsformalitäten hier für die Fotografen noch einmal. Ja, und gleich wird er das Rederecht bekommen. Ich glaube, wir gehen aber dann doch nochmal auf Herrn Czaja. Der Bau der A100 ist hier Thema im Deutschen Bundestag und wir gehen dann sofort rüber zur Rede von Herrn Selinski. Und das, obwohl in dieser Stadt so ziemlich nichts funktioniert, ist die Stadt so attraktiv, von Wohnungsanmeldung über Eheschließung bis hin zum Totenschein. Das Trauerspiel ist in Berlin groß, das wenig funktioniert. Und das kann sich am kommenden Sonntag ändern. Und dafür werben wir, dass Berlin endlich einen Neustart verdient. Und wenn ich, ich verstehe, dass Frau Jarasch jetzt gegangen ist, wenn es um das Thema A100 geht. Aber schauen wir uns mal an, wie es um den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin bestellt ist. Von 2008 zu 2018 hat sich die Kilometeranzahl von Busspuren in Berlin von 101 auf 102 erhöht in zehn Jahren. In der gesamten Amtszeit dieses Entsatzes U-Bahnbau 0 Kilometer, Straßenbahnbau 2,6 Kilometer. Die Zahl der Busse der BVG hat sich reduziert um 100 in dieser Zeit. Die Zahl der Radwege, die vernünftig gebaut wird, kann man an einer Hand abzählen, maximal mit grüner Farbe. Aber die ist dann nach dem Regen auch weg. Und das, was dagegen gemacht wird, ist aber Ideologie. Und das sehen wir hier um die Ecke in der Friedrichstraße. Da werden Parkplätze verschwinden, da werden die Gewerbetreibenden malträtiert. Da sollen Anwohner weiter mit ihren Autos aus der Stadt gedrängt werden. Im öffentlichen Personennahverkehr kriegen sie nichts auf die Rille. Es ist in den letzten zehn Jahren kaum etwas nach vorne gegangen. Aber sie machen eine Politik der Verbote. Und damit muss Schluss sein und damit kann Schluss sein am kommenden Sonntag. Das zweite, die Zulassungszahlen sprechen eben auch für sich. In Deutschland sinkt nicht die Zahl des Individualverkehrs, sondern sie steigt. Während 2021 in Deutschland auf 1.000 Einwohner 600 Pkw rund kamen, waren es zehn Jahre davor 500. Und auch in Berlin ist das so, nicht nur durch die wachsende Stadt. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Pkw in Berlin um 100.000 gestiegen. Wenn wir also über Verkehrskonzepte reden, dann reden wir eben nicht nur über Ausflugsverkehr, sondern wir reden über die täglichen Notwendigkeiten, über die Gewerbetreibenden, die in die Stadt wollen, über die Handwerksbetriebe, über die mobilen Pflegedienste, über all diejenigen, die ihr Tagespensum zu schaffen haben, über die Einpendler in die Charité und die nicht jeden Morgen mit dem Fahrrad aus dem Haveland kommen können. Und ich verstehe das ja. Wenn ich in die Biografien der Abgeordneten, des Berliner Abgeordnetenhauses schaue, Herr Gelbhauer, das wissen Sie genau, dann sehen Sie, von den grünen Abgeordneten hat eben kaum jemand jemals in seinem Leben richtig gearbeitet. Und deswegen können Sie das halt eben auch im Großen und Ganzen nicht nachvollziehen. Aber wir brauchen halt eben einen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr und die wichtigen Tangenten. Das verhindern Sie aber. Und dazu gehört der Weiterbau der A100 eben dazu. Damit bündeln wir den Wirtschaftsverkehr und sorgen dafür, dass es weniger Lärm und weniger Abgasemissionen in den Straßen gibt. Das ständige Abbremsen und Anfahren an Ampeln, der stockende Verkehr, das mehr an Emissionen, das ist doch nicht gut für die Umwelt. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass durch die A100 die Wohngebiete entlastet werden. Wir brauchen große Tangenten, wie beispielsweise im Osten auch die tangentiale Verbindung Ost, damit sie endlich fertig gebaut wird. Die wachsende Einwohnerzahl Berlins braucht diese A100. Berlin ist eben, lieber Herr Kollege Gelbhauer, nicht Bullerbü, wie Ihre Senatorin es gerne für Berlin möchte, sondern Berlin ist eine große Stadt. Eine Ihrer letzten noch vernünftigen bei den Grünen. Frau Popp hat damals ein integriertes Wirtschaftskonzept, Wirtschaftsverkehrskonzept für Berlin erarbeitet. Sie haben sie vertrieben, wie Sie alle halbwegs vernünftigen Grünen in Berlin vertrieben haben. Und darin war vorgesehen, dass man die A100 unbedingt für die Bündelung des Verkehrs braucht. Und zwar auch, um den Stadtrand mit dem Südosten und mit Brandenburg miteinander zu verbinden. Wir haben den Flughafen BER, wir haben die große Tesla-Fabrik in Berlin-Brandenburg. Wir haben mehr als 200.000 Menschen, die täglich einpendeln. Und wir wollen diese Menschen unterstützen. Und wir wollen auch, dass diese Wirtschaftsstandorte weiter mit Leben erfüllt werden und nicht behindert werden. In der Verkehrspolitik ist es wie in der Bildungspolitik extrem dramatisch. Und man muss ja eigentlich nur sie untereinander zitieren. Ihre noch regierende Bürgermeisterin in Berlin hat gesagt, sie wünscht sich von der Verkehrssenatorin, ich zitiere, dass sie ihre Energie auf die wirklichen Probleme der Stadt lenkt und nicht mit Nebelkerzen Klientelpolitik macht. Ja, sie hat recht damit. Solange sie es noch ist, 70 Stunden hat sie noch im Roten Rathaus. Dann ist vorbei und dann wird diese Stadt anständig regiert und die A100 auch gebaut, weil es dringend notwendig ist. Ja, das Thema lädt förmlich ein. Wahlkampf pur hier im Deutschen Bundestag in Berlin wird erneut gewählt. Und ein umstrittenes Thema ist der Weiterbau der A100 im Südosten von Berlin. Da hat der Bund auch ein gehöriges Wort mitzusprechen. Und Kevin Kühnert von der SPD, so ist zu hören, ist einer derer, der sagt auf keinen Fall den Weiterbau. Lieber Kollege Czaja, das ist ja misslich. Da ist man dann nach langer Zeit, hat man den Sprung vom Berliner Abgeordnetenhaus rüber in den Bundestag geschafft. Und dann muss man die alten Reden noch mal auftragen, die man damals drüben gehalten hat. Es ist schon auch schade, dass dir nichts eingefallen ist, seitdem du hier dazugekommen bist. Und warum hast du ja gar nichts gesagt zum Thema der A100 eigentlich. Da habt ihr hier extra einen Antrag aufgesetzt, wollte das als Besprechungspunkt machen. Und dann ging es um An- und Anfahren an der Ampel und um Stausituationen. Also, wir halten fest, es ist Februar, draußen ist kalt. Da macht der Wahlkampf draußen nicht so viel Spaß. Und deswegen ist es sehr solidarisch, dass der Deutsche Bundestag gestern nach dem Thema Wohnen und heute beim Thema Mobilität die großen Abschlusskundgebungen der Parteien ins Warme in diesen Saal rein verlegt hat. Dann machen wir das eben hier so zusammen und reden ein bisschen über die Landespolitik in Berlin. Und übrigens, Wahlkampf ist ja auch eine Zeit, die Menschen zusammenbringt. Man ist nah bei den Menschen. Sie, lieber Herr Czaja, sind jetzt nah bei Ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner. Das erste Mal, fast in der Geschichte vor zwei Jahren, haben Sie ja noch gesagt, Herr Wegner würde näher an Hans-Georg Maaßen als an Angela Merkel stehen. Jetzt rufen Sie dazu auf, ihn zu wählen. Kann sich jeder selber seine Meinung bilden. Wie ratsam das ist, dem am Sonntag seine Stimme zu geben. Nun ja. Zurück zum eigentlichen Thema, zur A100. Denn das ist ja für die Stadt Berlin, für die Menschen hier, für die Verkehrspolitik durchaus eine wichtige Frage. Wir haben einen Bundesverkehrswegeplan, in dem dieser A100, so wie viele andere Vorhaben, auch aufteilt. Dieser Bundesverkehrswegeplan 2030, der leitet uns auch in der Ampelkoalition ganz grundsätzlich bis zu einer Ablösung durch einen Mobilitätsplan, an dem wir gemeinsam arbeiten. Doch auch im jetzigen Bundesverkehrswegeplan muss fortwährend überprüft und priorisiert werden. Selbst die Projekte des vordringlichen Bedarfs in diesem Verkehrswegeplan können bis 2030 und werden gar nicht in ihrer Gesamtheit umgesetzt werden. Das ist keine politische, sondern das ist erst mal eine rein mathematische Aussage. Die Kapazitäten geben es gar nicht her, das zu tun. Deshalb geht es uns, und da haben wir uns ja auf den Weg gemacht in der Ampelkoalition, um eine Bedarfsüberprüfung. Es geht uns um eine Bedarfsüberprüfung, bei der fortwährend geguckt wird, wie sich die verkehrlichen Bedarfe in Städten eigentlich entwickeln. Die sind nämlich nicht in Beton gegossen, sondern die sind veränderbar, und zwar insbesondere durch aktive städtische Mobilitätspolitik, auf die wir alle dort, wo wir Verantwortung tragen, tatsächlich Einfluss haben. Wer aber in kurzer Zeit bis 2030 mit begrenzten zur Verfügung stehenden Ressourcen Infrastrukturausbau beschleunigen will, der muss priorisieren. Wer wie Sie Beschleunigung ohne Priorisierung haben möchte, der produziert vorprogrammiertes Chaos, meine Damen und Herren. Alles priorisieren wollen, einfach alles bauen wollen, was irgendwo mal aufgeschrieben wurde, ohne mit Sinn und Verstand zu gucken, was in welcher Reihenfolge gebraucht wird, das ist vorprogrammiertes Chaos, und das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Priorisierung ist das Stichwort. Priorisierung bedeutet, dass wir uns angucken müssen, wie wir das Angebot an Mobilität in unseren Städten und damit auch in Berlin so verbessern können, dass wir Einfluss nehmen können auf die Verhältnisse, die wir vorfinden. Wie können wir politisch Einfluss nehmen auf das Angebot? Da ist erstens die Infrastruktur als solche zu nennen. Die Mobilitätsbedarfe von Menschen sind weit weniger religiös, als Sie das politisch gerne diskutieren. Die kleben nicht quasi religiös an einen bestimmten Mobilitätsträger, sondern die haben Mobilitätsbedürfnisse in ihrem Alltag und wollen beantwortet kriegen, wie denen gerecht geworden werden kann. Transport von Arbeitsmitteln, Transport zur Arbeitsstelle, Erledigungen im Alltag, Kinder zum Sport bringen, Freizeitaktivitäten nachgehen, das muss gewährleistet sein. Dafür ist es notwendig, in unseren Städten, so auch hier in Berlin, beispielsweise die U-Bahn auszubauen. Ich nehme die Kritik gerne an, dass der aktuelle Senat in 14 Monaten noch keinen Kilometer U-Bahn gebaut hat. Aber, Herr Czaja, den Senat wollen Sie nicht anführen mit Ihrer Partei, der in 14 Monaten eine U-Bahn baut. Ja, die BVG illustriert manchmal Bauarbeiten mit einem Maulwurf, aber das ist eben nur eine Illustration. Ganz so einfach läuft es dann in der Praxis am Ende eben doch nicht, meine Damen und Herren. Es geht um den Ausbau der Tram. Ich hätte Frau Jarasch gerne noch mitgegeben, dass es da noch ein bisschen schneller geht. Es geht um den Ausbau des einen oder anderen Projektes in der Stadt. Es geht um den Ausbau des Busverkehrs, gerade auch am Stadtrand, hin zu einem Zehn-Minuten-Takt und vieles andere mehr. Worauf haben wir zweitens Einfluss, wenn es um die Angebotssituation geht? Auf den Preis. Und das ist genau das, was die Berliner SPD, auch zuletzt unter Franziska Giffey als regierender Bürgermeisterin, getan hat. Bevor das erste Mal hier in diesem Hohen Haus das Wort vom 9-Euro-Ticket im Munde geführt wurde, hatte Berlin bereits die Gebühren für unter 18-Jährige im ÖPNV in der Stadt abgeschafft. Das ist Mobilitätspolitik, die die Jüngsten, diejenigen, die die nächsten Jahrzehnte den Verkehr in der Stadt bestreiten werden, frühzeitig daran gewöhnt, ihre Wege mit einem gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr tatsächlich auch zurücklegen zu können. Und die übrigens auch Teilhabe ermöglicht, weil man dann eben nicht mehr verdammt ist, aufgrund der schlechten Einkommenssituation des eigenen Elternhauses in seinem Quartier am Stadtrand zu bleiben. Diesen jungen Menschen stehen in Berlin alle Türen offen und alle Stadtteile offen, weil hier konsequent eine Politik des Mobilitätsausbaus, aber eben auch der Bezahlbarkeit gefahren wurde. Das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. Und da geht es ja jetzt konsequent weiter mit dem 29-Euro-Ticket in Berlin. Es ist schade, man hört leider nicht ganz so viele klare Bekenntnisse neben dem eben besprochenen Deutschland-Ticket, dass es in Zukunft eben auch solche Sachen wie das 29-Euro-Ticket in Berlin geben soll oder das für Transferleistungsempfängerinnen und Empfänger eingeführte 9-Euro-Ticket in Berlin, was es nach fester Überzeugung der SPD auch weiterhin geben sollte, damit Mobilität auch für den kleinen Geldbeutel möglich ist. Das sind die Möglichkeiten, auf die Angebotsseite bei der Mobilität unmittelbar einzugehen. Es hat etwas mit Priorisierungen, Haushaltsverhandlungen und bei anderen Stellen mehr zu tun. Man könnte übrigens auf der Angebotsseite auch noch hinzufügen, es geht auch um gute Jobs. In Zeiten von Arbeitskräftemangel konkurrieren auch die öffentlichen Verkehrsträger mit vielen anderen Bereichen. Eine gute Bezahlung, gute Tarifabschlüsse, wie im letzten Jahr zwischen der kommunalen Seite und der Berliner BVG getroffen, mit ordentlichen Lohnsteigerungen für die Kolleginnen und Kollegen, sichern eben auch ab, dass man genügend Beschäftigte hat, die diese zusätzlichen Linien auch in den periferen Stadtrandgebieten, dass die dann auch tatsächlich gefahren werden können, meine Damen und Herren. Das alles zusammen gehört zur Angebotsseite, die gestärkt werden muss, wenn Mobilität sich ändern soll in der Stadt und wenn wir nicht in Form eines quasi religiösen Glaubenssatzes an Verkehrsprognosen festhalten wollen. Das ist ja bemerkenswert, Herr Czaja. Sie fangen an, in Ihrer Rede darüber zu sprechen, wie sehr Berlin wächst, um dann danach einfach nur zu rezitieren, was in den Verkehrsprognosen drinsteht. Hätten wir eine Wohnungspolitik in Berlin, und wir haben es leider ein paar Jahre lang gemacht, nur auf Prognosen aufgebaut, nämlich die vor 20 Jahren, dass wir eine schrumpfende Stadt sind, dann werden die Probleme noch deutlich größer. Lassen Sie uns doch nicht wieder den Fehler machen, einen ganzen wichtigen Infrastrukturbereich als unveränderliche Parameter zu begreifen, wo gar nicht darauf Einfluss genommen werden kann. Politik hat die Möglichkeit, durch klügere und bessere Angebote Einfluss zu nehmen. Und dafür braucht es aber eine seriöse gemeinsame Diskussion. Und da muss ich jetzt nach vielen Wochen des Wahlkampfes hier in Berlin wirklich deutlich sagen, ich mache mir Sorgen um die Spaltung in der Diskussion, gerade am Thema der Verkehrspolitik. Ich bin als Sozi unverdächtig zu wollen, dass Konservative und Grüne zusammen irgendwelche Regierungen in meiner Heimatstadt bilden. Aber dass anhand der Fragen von Verkehrspolitik beide Seiten in einer Stadt mit so unübersichtlichen politischen Verhältnissen eine Zusammenarbeit jetzt schon ausschließen, und dass dahinter Menschen aufgewiegelt werden in der Stadt, wo eigentlich gleichzeitig die Lebensrealitäten vieler ausgeblendet werden, die am Stadtrand sitzen und sagen, meine Wirklichkeit wird gar nicht gesehen, während die einen Schaufensteranträge machen und die anderen sich um 600 Meter Friedrichstraße kümmern. Meine Damen und Herren, bitte zurück zur Sachlichkeit. Wir haben eine große Aufgabe mit der Mobilität in unseren Städten zu bewältigen. Lassen Sie uns das mit einem anständigen Ton machen, die Leute nicht aufwiegeln. Lassen Sie uns das Angebot verbessern, damit Mobilität sich ändert und wir dann auch tatsächlich eine klimagerechte Mobilität in unseren Städten umsetzen können. Das ist keine Glaubensfrage, das ist eine Politikfrage. Dafür sind wir doch hier, meine Damen und Herren. Ja, und die Frage, wie halte ich es nun mit der A100, hat Kevin Kühnert nur indirekt beantwortet. Im Bundesverkehrswegeplan steht der Ausbau der A100. Die FDP möchte den Ausbau offensichtlich die Grünen und die SPD nicht mehr. Und das ist natürlich ein Riesenthema hier auch im Wahlkampf in Berlin. Und jetzt als nächster Redner Dirk Spaniel. Sie sehen es bereits, dass Herr Selinski gleich reden wird in Brüssel. Wir werden dann auch rübergehen. Das tut mir dann leid für Herrn Spaniel. Wenn es soweit ist, dann werden wir rüber in das Europaparlament gehen. Aber jetzt einstweilen hier weiter mit der Debatte über den Bau der A100 in Berlin. Das ist nicht des Verkehrswegeplans, sondern es ist im Fest disponiert. Das heißt, eigentlich ist alles entschieden. Und trotzdem gibt es hier Parteien, die in Berlin und natürlich auch hier im Bundestag Stimmung machen gegen diese Stadtautobahn. Und da muss man mal ganz nüchtern fragen, welche europäische Metropole hat eigentlich keine Stadtautobahn? Da gibt es außer Berlin eigentlich fast keine. Die ganz großen Metropolen Europas haben diese Stadtautobahn. Weil allen Menschen klar ist, man braucht eine Umleitung des Verkehrs um den Innenstadtbereich herum. Und wie Berliner Politik, Berliner Verkehrspolitik eben nicht funktioniert, das kann jeder in diesem Deutschen Bundestag jeden Morgen und jeden Abend erleben. Gut, manchmal kommt man nach Hause, da ist eben kein Führungsverkehr mehr. Aber morgens kann jeder erleben, wie gut der Berufsverkehr und damit die Verkehrspolitik der rot-rot-grünen Regierung hier in Berlin funktioniert. Nämlich gar nicht. Und wenn Sie den öffentlichen Personenverkehr so toll finden hier in Berlin, warum kommen Sie denn alle nicht mit dem öffentlichen Personenverkehr? Fahren Sie doch einfach nicht mehr Fahrdienst. Beschließen Sie doch endlich mal, hier im Deutschen Bundestag den öffentlichen Verkehr zu benutzen, den Sie den Menschen in Berlin zumuten. Und da möchte ich Ihnen noch mal sagen, hier geht es um Berufspendler. Hier geht es um viele Menschen, die hart arbeiten, jeden Morgen arbeiten müssen. Und die wollen eben nicht ihren nicht funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Warum? Das wissen Sie selber ganz genau, weil er nicht funktioniert, weil er unsicher ist, weil er dreckig ist, weil er unpünktlich und unbequem ist. Und das ist das Ergebnis Ihrer Politik, Ihrer Politik hier in Berlin und in ganz Deutschland. Und wir wollen den Menschen, den hart arbeitenden Menschen in diesem Land, diese Autobahn und die Transportmöglichkeit mit dem eigenen Auto ermöglichen. Und kommen Sie nicht immer mit der CO2-Thematik. Sie wissen ganz genau, durch Ihre Politik stehen die Menschen im Stau. Und da verbrauchen Sie Sprit, ohne dass Sie sich bewegen. Und weil Sie Sprit verbrauchen, ohne dass Sie sich bewegen, ist es eben noch schlechter für die Umwelt, als wenn man eine Autobahn hätte. Und das weiß eigentlich auch jeder. Wir brauchen diese Autobahnen überall. Und wer das nicht möchte, wer das nicht möchte, dass eine Stadtautobahn die Menschen stressfrei zu ihrem Arbeitsplatz, zum Krankenhaus oder sonst wo hinbringt, wer das nicht möchte, der sabotiert die Menschen in diesem Land, die sich keinen Fahrdienst leisten können, so wie Sie hier alle und Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Berliner Regierung. Wir wollen, und das möchte ich ja auch noch mal sagen zu dem Projekt der CDU, wir wollen eine, es geht ja hier um den Antrag der CDU, die A100 zu modifizieren. Wir wollen eine Autobahn, damit die Menschen in Berlin pünktlich und sauber und sicher zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Wir würden einen solchen Antrag auch unterstützen. Aber muss es denn sein, dass Sie diesen Antrag garnieren mit weiteren, die CDU schämt sich ja schon fast, dafür einen Autobahnbau zu fordern, muss das garnieren mit dem Thema Radweg, mit dem Thema Photovoltaik. Da muss man doch mal sich fragen, gucken Sie sich doch mal Ihre Bilder an. Sie können doch nicht ernsthaft, Sie können doch nicht ernsthaft einen Radweg neben einer Autobahn bauen. Da muss man sich doch mal fragen, wer ist denn Geist des Gedankens. Lassen Sie uns doch bitte erst mal eine Verkehrspolitik machen, die die Menschen wirklich tangiert in diesem Land. Über den Radwegeausbau in Berlin müssen wir ja da noch mal separat reden. Aber hier geht es doch erst mal um die A100. Und hier sollten wir auch nicht die Dinge vermengen. Wir wollen genau diese schnelle Verkehrsverbindung. Wir wollen die A100 und zwar nicht nur den 17. Bauabschnitt, sondern wir wollen natürlich auch den Ringschluss, so wie jede andere große Metropole in Europa das auch hat. Wollen wir das auch, dass die Berliner das kriegen. Und die Berliner können sich entscheiden, welche Politik sie wollen. Und ich bin mir sicher, dass die Berliner, die noch arbeiten und ihr Geld verdienen müssen, ja, da gibt es ja auch noch ein paar, Sie arbeiten daran, dass es immer weniger werden, das weiß ich. Aber wir wollen, dass die hart arbeitenden Berliner zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Und deshalb bin ich mir sicher, die Berliner werden diese Politik abwählen. Und die Berliner haben hier eine Alternative. Und da können Sie auch gerne genau wählen. Vielen Dank. Dirk Spaniel war das für die AfD. Der Bundestag erlebt hier wenige Tage vor der Wahl in Berlin einen Schlagabtausch bezüglich des Baus der A100 im Südosten von Berlin. Heftig umkämpft hier auch während des Wahlkampfes, aber auch hier im Hohen Hause. Stefan Gelper für die Bündnisgruppe. Sie haben eben im Nebensatz mal alle Mitarbeitenden der BVG, der S-Bahn, der Berliner Regionalbahn, der Trams, der Busse, der U-Bahn, all die, die jeden Tag für Mobilität in Berlin sorgen, die haben Sie im Nebensatz mal eben so weggewischt und beleidigt. Sorry, das geht gar nicht. Herr Czaja, wenn Sie persönlich die Bündnisgrünen beleidigen wollen, dahingehend, dass da keiner gearbeitet hätte, dann sage ich es erst mal persönlich, das ist Quatsch. Aber gerade wenn Sie es sagen, der sich Abschlüsse in der Schweiz gekauft hat und dann zurückgeben musste, ist es besonders prekär. Und Herr Czaja, für Sie hat auch noch einen Satz mehr. Wenn Sie über das Chaos in Berlin schwadronieren, Sie sind der Mann, der für das LaGeso-Chaos in Berlin 2015 verantwortlich war. Das hat das Bild dieser Stadt bis heute geprägt. Und das sind Sie gewesen, und dass Sie deswegen von hier vorne Berlin runter machen, sorry, das geht einfach gar nicht. Und lieber Kevin Kühnert, etwas sanfter, aber die SPD hat sich auch mal um 500, 600 Meter gekümmert. Deswegen ist das Brandenburger Tor jetzt nicht mehr für Autos durchfahrbar. Und das war ein Segen für diese Stadt. Und wenn wir in der Friedrichstraße was ähnlich Tolles hinkriegen, ist das, glaube ich, gut. Manchmal sind 500, 600 Meter was wirklich Tolles. Jetzt kommen wir zur A100. Ich wollte eigentlich eine austarierte, wunderschöne Rede halten, aber ich glaube, ich bleibe ein bisschen gedanklich und emotional. Ich bin gebürtiger Berliner, ich bin sogar gebürtiger Friedrichshainer. Ich wohne in Pankow. Das, was der Plan der A100 vorsieht, ist, genau diese Stadtteile kaputt zu machen. Und deswegen geht mich das persönlich an, und deswegen finde ich das schlecht. Das sind die Kieze, die Sie zerstören wollen. Was passiert dort? Dort gibt es Clubs, da gibt es Gewerbe, Clubs wie die Else, den Club Ost, die Renate, das Aubert Blank. Das ist das, was Berlin ausmacht. Deswegen kommen die Menschen in diese Stadt. Und Sie sagen, Sie wollen nur was stadtverträglich dort gestalten. Sie zerstören diese Stadt, die Sie da meinen. Das geht nicht. Wir haben gestern eine große Debatte über Wohnen und Wohnraum gehabt. Ja, auf dem Gebiet, wo Sie die A100 langbauen wollen, da sind Wohnungen. Und da ist auch Potenzial für 8800 weitere Wohnungen. Das würde Berlin helfen. Und nur so, weil Sie ja immer auf eine Karte gucken und sagen, da kann man noch einen Strich und einen Ringschluss machen. Übrigens, Herr Spanier, wir haben einen Ringschluss, nennt sich A100. Gucken Sie sich mal an, findet mal auf jeder Karte. Aber die A10, den Ring zu schließen, damit machen wir Berlin kaputt. Zum Beispiel auch eine Schule, die Karl-von-Linne-Schule, eine Schule für Körper- und Lärmbehinderte. Das ist das, was Sie damit machen mit dieser Stadt. Sie machen da nichts schön. Sie machen da nur etwas kaputt. Und auch wenn es Berlin ist, wenn es Stadt ist, dann ist dort auch Natur. Dort werden 250 Bäume fallen, die Sie dann eben mal eben wegräumen wollen. Und circa 20.000 Quadratmeter Grünen, Stadtpark in Lichtenberg. All das geben Sie dem Verlust anheim. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil mein Vorwurf an Sie ist und an alle, die da immer so auf der Karte gucken. Sie kennen diese Stadt halt nicht. Sie kennen sie einfach nicht. Sonst kommt man nicht auf die Idee, da irgendeinen Strich durchzuzeichnen und zu sagen, das ist es dann. Da ist nichts, dass man Verkehr aus den Kiezen rausholt. Das ist der Kiez, wo Sie die Autobahn durchziehen wollen. Und das hat übrigens auch das Wissen die Bezirke zum Beispiel. Der Bezirk Neukölln, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der Bezirk Lichtenberg, der Bezirk Pankow, der Bezirk Mitte haben alle Beschlüsse gegen den Weiterbau der 100 gefasst. Allesamt. Das Stadt Berlin, das Land Berlin hat im Berliner Energie- und Klimaprogramm gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und das kann man doch mal zur Kenntnis nehmen. Dann kommt über diese Erzählung, das haben einige auch schon angedeutet, man könnte damit Stau rausholen aus der Stadt. Mit Verlaub, die A100 ist der Staugarant in Berlin. Jeden Tag, wenn Sie das Radio anmachen, sich anhören, Stau auf der A100 dort, dort und dort. Und wenn Sie mal gucken, wir haben im Westteil und im Ostteil in Berlin. Im Westteil Berlin haben wir doch nicht weniger Stau als im Ostteil Berlin. Das ist doch Quatsch. Also das heißt, diese Autobahn hat null geholfen beim Thema Stau. Und wenn Sie sich das selbst immer noch nicht glauben, dann gucken Sie sich doch mal die riesigen Autobahnen in Houston oder auch in China an. Was passiert denn dort? Stau! 26 Spuren in Houston. Stau! Manchmal kommt es mir vor, als ob das eine Art Sucht ist, eine Betonsucht. Und Sie wollen sich immer noch einen neuen Schuss setzen, irgendwo noch ein bisschen Beton reinkippen. Und wenn dann das Land Berlin sagt, nee, wollen wir nicht, da kommt der Bund und muss diesen Schuss setzen, damit die Sucht auch weitergeht. Das kann es nicht sein. Und klar, dieser Kampf gegen den Weiterbau der A100, der ist lang und alt. Ja, wir haben schon gegen den 16. Bauabschnitt damals opponiert. Da ist das Planfeststellungsverfahren von Rot-Rot eingeleitet worden. Und deswegen sehen wir ja auch, was das mit der Stadt macht. Was ist denn da passiert? Es sind Wohnungen weggefallen, es sind Kleingärten weggefallen, es ist Gewerbe weggefallen. Und das ist eben nicht stadtverträglich, liebe CDU. Das ist nicht stadtverträglich, das ist das ganze Gegenteil. Und wenn man dann nochmal einen Blick wirft in die Kosten. Anderthalb Milliarden soll jetzt der 17. Bauabschnitt kosten. Das ist Geld, was wir doch für ganz andere Sachen in Berlin brauchen. Und deswegen lassen Sie uns lieber das zweite Gleis für Tegel bauen. Lassen Sie uns die Heidekrautbahn bauen. Lassen Sie uns die Bahn von Spandau nach Brandenburg bauen. Das kostet auch alles Geld. Und da kann man sich verkehrspolitisch wirklich verewigen. Wer das braucht, der soll sich dort verewigen. Und deswegen, damit komme ich zum Schluss. Das kann nicht sein, dass wir so ein Projekt aus dem letzten Jahrhundert einfach, weil es irgendwie geht, weiterbauen. Wir müssen diese Zerstörung, diese Stadtzerstörung stoppen. Wir müssen die A100 stoppen. Vielen Dank. Stefan Gelbhaar für die Bündnisgrünen und auch die nächste Rednerin hier im Parlament, wohnt in Berlin, kennt sich aus. Das ist nämlich Gesine Lötzsch für die Linke, die jetzt als Nächste das Wort erhält. Der Bundestag debattiert über einen Antrag der CDU, Weiterbau der A100 hier in Berliner Südosten. Sehr geehrte Damen und Herren, wir als Linke wollen den Weiterbau der A100 der teuersten Autobahn Deutschlands stoppen. Und wir sind auch nach der Rede von Stefan Gelbhaar die einzige Partei im Bundestag, die den Stopp ohne Wenn und Abert fordert. Denn im Verkehrsausschuss hat doch die Fraktion der Grünen mehrfach verhindert, dass unser Antrag, den Ausbau, den Weiterbau der A100 qualifiziert zu beenden, überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Was ist denn das für eine Politik, hier im Bundestag eine tolle Rede zu halten, den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen zu streuen, aber sich im Ausschuss, wo entschieden wird, dagegen zu verwahren, das kann ich nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Der Weiterbau der A100 ist undemokratisch, unsozial, unökologisch, extrem teuer und verkehrspolitisch unsinnig. Das Land Berlin, leider ist ja Frau Jarisch rechtzeitig gegangen, ist gegen den Weiterbau der A100. Doch das interessiert die Bundesregierung nicht. Warum will sie gegen den Willen des Landes bauen? Was ist das für ein Demokratieverständnis, meine Damen und Herren? In Ihrem Koalitionsvertrag hatten Sie doch noch versprochen, es wird bei solchen Projekten eine Abstimmung zwischen Bund und Land geben. Offensichtlich gibt es aber nur eine Abstimmung zwischen der Ampel und der Betonindustrie, und das können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. 100 Menschen mussten bisher schon ihre Wohnungen verlassen. Zwei Mehrfamilienhäuser wurden abgerissen. 300 Kleingärten wurden plattgemacht. Und weitere Wohnungen würden durch den Weiterbau zerstört werden. Hat die CDU nicht immer gesagt, bauen, bauen, bauen? Jetzt fordern Sie, abreißen, abreißen, abreißen. Können Sie sich mal für irgendwas entscheiden, meine Damen und Herren? Es ist doch nachgewiesen wissenschaftlich, dass in der Nähe von innerstädtischen Autobahnen vor allen Dingen arme Menschen wohnen. Und Sie fordern mehr Autobahnen, weil Sie genau wissen, dass Sie nie in der Nähe einer innerstädtischen Autobahn werden wohnen müssen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und die A100 ist auch keine Klimaautobahn, wie es in Ihrem Antrag lächerlicherweise steht, sondern sie ist ein Klimakiller. Eine Reduzierung von zwei Emissionen im Verkehrsbereich findet damit nicht statt, sondern ganz das Gegenteil, meine Damen und Herren. Für den Weiterbau der A100 sollen 1,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Zum Vergleich, wir könnten mit diesem Geld rund 150 Kilometer Straßenbahn in Berlin bauen. Und das wäre doch die bessere Lösung, meine Damen und Herren. Preiswert und ökologisch. Und wer heute noch Autobahnen in Städten bauen will, der denkt an die Spenden der Autoindustrie und nicht an die Gesundheit der Menschen. Das ist die Wahrheit. CDU und CSU wollen angeblich den Stau auflösen. Doch das Gegenteil wäre mit dieser Autobahn der Fall. Die A100 wird die teuerste Staufalle in Deutschland. An der Autobahnabfahrt geht es direkt in ein Nadelöhr. Und das Verkehrschaos wäre nicht gemäßigt, sondern vorprogrammiert. Sie wollen also genau das Gegenteil erreichen von dem, was Sie uns hier erzählen, meine Damen und Herren. Und das nehmen wir nicht hin. Meine Damen und Herren, die Grünen haben, wie ich schon sagte, im Ausschuss verhindert, dass unser Antrag, den Ausbau qualifiziert zu beenden, behindert wird. Gleichzeitig rufen sie auf zu einer Demonstration gegen den Weiterbau. Das nennen wir gezielte Desinformationspolitik. Wer einen Stopp der A100 will, der muss Die Linke wählen am Sonntag. Das sollten die Berlinerinnen und Berliner noch rechtzeitig erfahren. Vielen Dank. Wahlkampf im Deutschen Bundestag. Es geht um den Bau der A100 hier in Berlin. Ein höchst umstrittenes Thema. Und die Berliner sind unter anderem am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, auch über die Frage, soll die A100 weitergebaut werden oder nicht. Nächste Rednerin ist Daniela Kluckert. Sie ist die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesfinanzminister Wissing, der selber anwesend ist, aber seiner Staatssekretärin bei dieser Debatte den Vortritt lässt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union hat diesen Tagesordnungspunkt zur Kernzeit, heute kurz vor der Berlin-Wahl, auf die Tagesordnung gesetzt. Und dafür bin ich sogar aus Mutterschutz wiedergekommen. Und ich sage danke, dass wir hier im Plenum einmal über die Bedeutung der A100 für Berlin sprechen können. Berlin braucht die A100. Berlin braucht den 16. Bauabschnitt der Autobahn, der kurz vor der Fertigungsstellung steht. Und Berlin braucht den 17. Bauabschnitt, der gerade geplant wird. Wir brauchen ihn, weil die Stadt verkehrlich immer noch keine Einheit ist. Übrigens weder im ÖPNV noch im Straßennetz. Vom Süden in den Osten, von Mariendorf nach Pankow, das ist immer noch eine Tagesreise. Und das kann uns als Verantwortliche nicht egal sein. Weder mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger, die übrigens zu 60 Prozent diesen Auto ausbahnen in Berlin wollen, ja fordern, noch mit Blick auf die Unternehmen. Die Menschen wollen und sie müssen mobil sein können in Berlin und in Deutschland. Unternehmen müssen ihre Ware liefern können, Handwerker ihre Dienstleistungen anbieten können. Und wenn wir über den Fachkräftemangel reden, dann zwingt er uns geradezu, die ganze Ressourcezeit, gerade in der Mobilität, noch einmal ganz neu zu bewerten. Und wir brauchen den 17. Bauabschnitt, um CO2 einzusparen. 30 Prozent der Emissionen in Berlin werden durch Staus verursacht. Ein gut ausgebautes Straßennetz, auf dem flüssig gefahren werden kann. Das ist eben auch ein Garant für weniger CO2 auf der einzelnen Strecke. Frau Klunkert, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Sierske? Nein. An dieser Stelle möchte ich übrigens auch mit der Meer aufräumen, dass Meerstraßen auch immer zu mehr Verkehr führen. In der Geschichte der Menschheit und insbesondere auch in Deutschland hat der Verkehr immer zugenommen. Und das nicht, weil mehr Straßen gebaut worden sind, sondern weil unser Wohlstand gewachsen ist. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Straßen kamen immer erst später. Und deswegen ist auch umgekehrt es richtig, zu glauben, man müsste dem Land einfach Straßen entziehen. Man müsste die Autonutzung, Lkw-Nutzung unmöglich machen. Das führt eben nicht zu weniger Verkehr, sondern das führt zu Chaos und zu einer höheren Belastung an Lärm und Emissionen. Frau Abgeordnete, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Meiser von der Linken? Nein. Und drittens brauchen wir den 17. Bauabschnitt, um die Kieze zu entlasten. Wer einmal an einem ganz normalen Feierabendverkehr die Karl-Marx-Straße besucht hat, der weiß sehr genau, wovon ich rede. Nur durch eine Umgehung der Kieze schaffen wir eben auch Entlastung für die Menschen vor Ort. Denn natürlich kann man eine Beruhigung von Wohnquartieren nur mit einer vorherigen Verlagerung des Verkehrs und einem ganzheitlichen Konzept für eine solche Verlagerung. Nur so kann es einhergehen. Berlin geht auf die 4-Millionen-Marke der Einwanderer zu. Eine solche Stadt erschließt man auch, aber eben nicht nur per Fahrrad, nicht zu Fuß und auch nicht nur mit der Tram. Dafür braucht es auch das Auto. Und die Menschen, die Menschen, sie haben ein Recht auf Mobilität und dazu gehört auch ein gut ausgebautes und angemessenes Schnellstraßenmeld. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle müssen wir die Staatssekretärin Kluckert leider unterbrechen. Sie sehen es im kleinen Fenster, was wir jetzt gleich großziehen werden. Ein historischer Tag für Europa, das hat Roberta Mazzola vor dem Besuch von Wladimir Selenskyj im Europaparlament gesagt. Und in der Tat war es etwas ganz Besonderes hier, den ukrainischen Präsidenten mal persönlich zu erleben. Im Europaparlament viel Beifall der Parlamentarier für ihn und eine sehr bezeichnende Szene war am Schluss, wie er gemeinsam mit der Parlamentspräsidentin die Europaflagge in den Händen hielt. Dort möchte er gerne Mitglied werden, aber eine bevorzugte, schnelle Beschäftigung des Beitritts der Ukraine zur EU, die wird es in der schnellen Form, wie er sich das erhofft, sicherlich nicht geben. Wichtiger für ihn aber sicherlich, dass die Europäer, dass die Amerikaner die Sache der Ukrainer weiter unterstützen, auch mit Waffen. Da hat er drum geworben, gestern in London, gestern Abend in Paris, auch in Anwesenheit des deutschen Bundeskanzlers und hier noch einmal in Brüssel. So, meine Damen und Herren, und der Übergang hier in den Bundestag fällt ausnahmsweise doppelt schwer, denn der Bundestag beschäftigt sich in den Minuten immer noch mit dem Weiterbau der A100, ein doch sehr regionales Thema hier in Berlin, eine große Diskussion über die Autobahn im Südostens Berlin. Der Bauabschnitt 16 genehmigt, der Bauabschnitt 17, denn die einen wollen ihn bauen, die anderen nicht. Und diese Diskussion hat auch den Bundestag erreicht, nachdem die CDU, CSU hier den Antrag gestellt hat. Und es ist schon eine sehr Berliner Debatte, die wir hier erlebt haben. Und im Moment spricht für die FDP, die genauso wie die CDU, CSU sowohl im Bund wie aber vor allen Dingen auch in Berlin diese Autobahn auf jeden Fall fertigstellen wollen, Bernd Reuter. Und mit viel Planungsbeschleunigung zu Rande kommen, wird das dazu führen, dass diese Brücke gesperrt wird. Und dann ergießen sich um die 150.000 Fahrzeuge jeden Tag in die Berliner Bezirke. Das wollen wir ja wohl alle nicht. Und ich will zum Schluss von der A100 zu einem Beispiel aus meinem Wahlkreis kommen. Vor ungefähr zehn Jahren hat noch ein gewisser Peter Ramsauer die neue Rheinbrücke bei mir eingeweiht. Gleichzeitig sollte die Umgehungsstraße in meiner Heimatstadt Wesel fertiggestellt worden sein. Sie wird jetzt aktuell gebaut, wird wahrscheinlich 17, 18 Jahre später als die Brücke fertig. Was bedeutet 17, 18 Jahre? Fahren die Autos durch meine Stadt, stehen an sieben bis acht Ampeln und tragen, glaube ich, auch so nicht zum Klimaschutz dabei. Das ist ein Beispiel von der A100 in Berlin bis zu mir nach Hause in Wesel, wo wir überall schneller werden müssen. Vielen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ja eigentlich schon fast ein bekannter Stil, den wir hier heute erleben. Ein bekannter Stil der Ampelkoalition. Wir erleben es in vielen fachpolitischen Bereichen, aber insbesondere in der Verkehrspolitik. Die Union macht kluge und durchdachte Vorschläge. Die Ampel blockiert sie, vor allem im Ausschuss. Am Ende inszenieren sie hier einen Streit, blinken links, blinken rechts, Hauptsache nicht nach vorne. Und am Ende, wenn sie sich denn mal einigen, dann schreiben sie die Ideen zumindest inhaltlich der Union ab. Das ist ihr Arbeitskonzept in der Verkehrspolitik. Und so werden wir es ja auch in diesem Fall erleben. Sie haben diesen Streit zur eigenen Profilierung im Wahlkampf bei der Berliner Landtagswahl organisiert. Jetzt haben Sie schon den Koalitionsausschuss terminiert, damit Sie sich ganz schnell einigen können. Und am Ende werden Sie das dann abschreiben, was wir Ihnen vor Monaten schon als Gesetzentwurf vorgelegt haben. Damit verunsichern Sie am Ende ja nicht nur die Berlinerinnen und Berliner, die dringend auf den Weiterbau der A100 warten. Am Ende stiften Sie damit Unruhe in weiten Teilen dieses Landes. Denn am Ende ist es doch so, dass nicht nur Millionen Pendler darauf warten, dass endlich ihre Autobahn gut ausgebaut wird und sie pünktlich zur Arbeit kommen. Es geht auch um den ländlichen Raum. Der ländliche Raum ist auf eine funktionierende Straße angewiesen. Wenn keine Bahn fährt, weil kein Gleis liegt, dann braucht es Busse und dann braucht es Autos. Und die brauchen eine funktionierende Straße. Und das ist ja immer ganz interessant. Teile Ihrer Koalition, die leugnen ja auch die Bedeutung und die Notwendigkeit der Straße generell. Ich bin ja da mal gespannt, wo wir in ein paar Jahren stehen werden, wie wir wirtschaftspolitisch dastehen werden, wenn wir nicht mehr auf die Straßeninfrastruktur setzen können. Sowohl die Städte als auch der ländliche Raum, die fühlen sich von dieser Koalition verkehrspolitisch alleingelassen. Und richtig bitter wird es ja, wenn wir lesen müssen, was im letzten Koalitionsausschuss beraten wurde. Beschlossen haben Sie ja nichts. Statt den Straßenbau zu beschleunigen, soll dann noch übers Tempolimit gesprochen worden sein. Unterlegt natürlich mit einer Studie des Umweltbundesamtes, passend zur Berlin-Wahl veröffentlicht, die immer mehr von Vertretern der Wissenschaft in ihrer Seriosität angezweifelt wird. Wer statt der Beschleunigung des Straßenbaus auf das Tempolimit setzt, der ist am Ende keine Fortschrittskoalition, der ist eine Koalition der Vorschriften, meine Damen und Herren. Sie hätten alle Möglichkeiten, anhand unseres Antrags eine Klimaautobahn zu bauen. Sie hätten die Möglichkeit, neue Standards zu setzen. Sie könnten durch kluge und durchdachte, smarte neue Infrastruktur für ein neues Miteinander im Straßenverkehr sorgen. Stattdessen machen Sie eins, Sie spielen die unterschiedlichen Verkehrsträger gegeneinander aus. Sie werden am Sonntag sehen, wie das die Wählerinnen und Wähler in Berlin quartieren werden. Und deswegen haben wir heute einen klaren Appell an Sie. Gehen Sie an unsere Seite, wenn es um klimafreundliche Mobilität geht. Gehen Sie an unsere Seite, wenn es um die klimafreundliche Schiene, aber insbesondere an die klimafreundliche Straße geht. Hören Sie auf mit den Konfrontationen. Sorgen Sie dafür, dass dieses Haus endlich gute Beschlüsse in der Verkehrspolitik schafft. Vielen Dank. Als nächstes erhält Rupert Stüge für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte die Union ja an dieser Stelle über das Thema Wissenschaft sprechen. Das hat sie kurzfristig abgesetzt. Stattdessen sind wir jetzt in einer Wahlkampfveranleitung zu einem Stück Autobahn. Wissenschaft und Fortschritt, das interessiert Sie nicht. Das wissen wir in Berlin. Dafür haben wir gesorgt in Berlin, dass das vorankommt. Und moderne Mobilitätspolitik? Na ja. Für die Großstadt sieht es auch ein bisschen anders aus, als um ein Stück Autobahn hier so eine Fetischveranstaltung zu machen. Sondern da müssen wir mal durchdeklinieren, was moderne Mobilitätspolitik in der Großstadt eigentlich bedeutet. Das bedeutet, alle Menschen in den Blick zu nehmen. 70 Prozent der Berlinerinnen und Berliner haben gar kein Auto. Das bedeutet darum, zu schauen, dass Mobilität für alle Bezahlbarkeit bleibt, dass jede und jeder sich in dieser Stadt bewegen kann, egal ob mit Kinderwagen, egal ob man in die Pedale treten kann oder nicht. Und man muss sogar zu Fuß laufen können in dieser Stadt. Die Mehrheit der Wege findet so nämlich statt. Das bedeutet darum, zu sorgen dafür, dass Mobilität 29 Euro für jeden in dieser Stadt kostet und 9 Euro, wenn man bedürftig ist. Dass, wenn man als Schülerinnen oder Schüler sich an Mobilität und an die eigene Freiheit gewöhnt, dass man das dann mit der BVG ganz umsonst machen kann. Und dann schreiben Sie hier was von einer Klimaautobahn. Man kann ja viel über Autobahnen reden, aber ehrlicherweise klimafreundlicher ist doch ein bisschen noch, auf die Schiene zu schauen. Wenn wir jetzt darüber reden, ob eine Autobahn gebaut werden soll oder nicht, so müssen wir uns ehrlich machen, im Bundesverkehrswegeplan für die Projekte des vordringlichen Bedarfs wird auch bis 2030 nicht genügend Platz sein. Es gibt da klare Kriterien. Diese Kriterien überarbeiten wir. Und da werden wir sicher auch noch mal schauen, wie dringlich dann so eine Autobahn in der Stadt ist. Aber wenn wir schon über modernen Mobilität diskutieren wollen, dann lassen Sie uns doch darüber diskutieren, wie wir die Schiene auch in Berlin stärken können. Mit der Stammbahn übrigens oder mit dem West-Ost-Korridor von Magdeburg bis nach Eisenhüttenstadt. Da geht es nämlich nicht nur um regionale Mobilität, da geht es um das, was wir mit dem Regionalverkehr bewältigen, weit über die engen Grenzen dieser Stadt hinaus. Wir müssen die Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass Städte Spielraum haben, das menschenwürdig zu gestalten. Und wir müssen übrigens auch in den U-Bahn-Bauern dieser Stadt investieren. In der Verkehrspolitik, und deswegen diskutieren wir ja hier die ganze Zeit offensichtlich, gibt es am Sonntag tatsächlich eine Wahl. Fixierung auf Symbolprojekte zur Autobahn oder an der Friedrichstraße oder die SPD mit Franziska Giffey. Alle im Blick. 29-Euro-Ticket und ein klares Bekenntnis zum Besten der ÖPNV Deutschlands. Vielen Dank. Und als nächstes erhält Dr. Ottilie Klein das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Über den Plan, die A100 weiter auszubauen, debattiert der Bundestag nun schon seit fast 20 Jahren. Und lieber Herr Gelbhaar, lieber Herr Kühnert, kleine Erinnerung, 2003 hatte die Bundesregierung aus SPD und Grünen den Ausbau der A100 noch freudig auf die Agenda gesetzt. Dann passierte allerdings jahrelang nahezu nichts. Der Ausbau der A100, ein Dauerstau. Da fragt man sich doch, wer tritt da eigentlich auf die Bremse? Schon 2011 stellte unser jetziger Berliner CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hier an diesem Rednerpult fest, heißt, Rot-Grün fehlt es am politischen Willen, Berlin zu einer modernen Mobilitätsmetropole zu machen. Und diese Debatte heute, zwölf Jahre später, zeigt erneut, dass sich an dieser rückwärtsgewandten Blockadehaltung nichts geändert hat. Die Linken wollen den Weiterbau stoppen, die Grünen interessieren sich sowieso für die Autofahrer nicht. Und was bei der SPD ist, ja, nein, vielleicht völlig unklar. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach der Debatte heute weiß ich nicht, wie die SPD zum Ausbau der A100 steht. Im Gegenteil, man hört hier im Raum, wie aus Reihen der Grünen und der SPD gegen die eigene Regierungspolitik gewettert wird. Verkehrte Welt in der Verkehrspolitik, meine Damen und Herren. Was bedeutet das eigentlich, dieser Widerstand? Für den Ausbau der A100 werden Bundesmittel in Milliardenhöhe bereitgestellt. Und die Ampelfraktionen der SPD und der Grünen tun alles, damit Berlin diese Mittel nicht erhält. Mehr noch, am vergangenen Sonntag haben die Berliner Grünen sogar zu Demonstrationen gegen die Förderung Berlins durch den Bund aufgerufen. Also, wenn Sie mich fragen, ist es kein Wunder, dass unter diesen Voraussetzungen die Berliner Verkehrspolitik gegen die Wand fährt. Es reicht ein Blick in meinen Wahlkreis Berlin-Mitte. Hier wurde von den grünen Bürgerfern mit dem wilden Aktionismus ohne Konzept die Friedrichstraße wiederholt für den Autoverkehr gesperrt. Parkplätze werden gestrichen, Tempo 30 auf Hauptstraßen, verwaiste Baustellen, gleichzeitig steht der U-Bahn-Ausbau still. Das ist keine progressive Politik für eine moderne Weltstadt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine politische Geisterfahrt. Mit dem Ausbau der A100 hätten wir die Möglichkeit, hier im Herzen unserer Hauptstadt die erste klimafreundliche Autobahnstrecke Deutschlands zu bauen. Wenn SPD und Grüne ihren Tunnelblick überwinden würden, dann könnten sie sehen, dass man mit einem kreativen und modernen Ansatz einen wichtigen Beitrag für die Stadt der Zukunft leisten kann. Stellen wir uns doch einfach mal vor, eine Klimaautobahn, eine unterirdische Strecke, auf deren Oberfläche Spielplätze, Grünflächen und Radschnellwege entstehen. Das ist das, was wir als Union planen, eine große Chance für Berlin und eine echte Entlastung für die Berlinerinnen und Berliner in der Innenstadt. Denn, und das ist mir auch noch mal wichtig zu sagen, insbesondere als Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Berlin-Mitte, mit der Klimaautobahn holen wir den Durchgangsverkehr aus den Kiezen. Weniger Staus, geringere Abgasbelastung, ein intelligenter Verkehrsfluss, besserer Lärmschutz, zusätzlich ein sicherer Radschnellweg und, wir haben es bereits gehört, eine bessere Anbindung weiterer Teile der Stadt. Das ist unser Plan für die A100, ein Plan, der die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt, der Arbeitsplätze schafft und unserer Hauptstadt fit für die Zukunft macht. Berlin steht nun vor der Wahl, sich neu zu erfinden. Vielen Dank. Ottilie Klein war das für die Unionsfraktion, ist natürlich auch schon wie die anderen Berlinerinnen und Berliner hier im Wahlkampfmodus für die Wiederholungswahl am Sonntag. Und damit kommen wir zur letzten Rednerin, das ist Dorothee Martin, die verkehrspolitische Sprechnerin der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die nächste Landtagswahl, die wir haben, die ist ja im Mai in Bremen, da ist es draußen schon ein bisschen wärmer. Und mal gucken, ob die CDU, der wieder nichts einfällt im Landtagswahlkampf, dann auch nochmal hier die Debatte in unser Bundesplenum hält. Also, ich habe den Eindruck gehabt, und es ist ja immer ganz schön, wenn man dann am Schluss reden kann, dass wir doch so ein bisschen hier die letzte Stunde in mehreren Parallelwelten gelebt haben. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn man auf eine Stadt guckt, die sich gut weiterentwickeln soll, eine Stadt, die auch die richtigen Antworten auf die doch so unterschiedlichen Bedürfnisse und auf die ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten auch von Bürgerinnen und Bürgern finden will, und auch eine Stadt, die Klimaschutz, die Stadtentwicklung voranbringt und auch weiterhin Mobilität für alle ermöglichen will, die hat doch wirklich mehr verdient als Schwarz-Weiß-Antworten und vor allem als solche Anträge, die wir hier debattieren. Es hat mehr verdient als ein Entweder-Oder, sondern wir brauchen verantwortungsvolles Handeln, und Politik ist auch immer ein Ausgleich zwischen den Interessen. Das gilt für Berlin genauso wie für meine Heimatstadt Hamburg und letztlich auch für die gesamte Bundesrepublik. Was wir wollen, ist eine verlässliche Infrastrukturpolitik und eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturpolitik. Ja, und dazu gehört auch, und das wurde schon mehrfach erwähnt, und ich glaube, einige hier im Haus, die besonders laut blöken, haben ein bisschen Nachhilfe auch bei Infrastrukturplanung hier nötig, wie ein Bundesverkehrswegeplan aufgestellt wird, wie wir gerade auch die Bedarfsplanüberprüfung machen. Anhand von 80 Kriterien und Kriterien, Frau Klein, deren Gewichtung sich natürlich innerhalb von 20 Jahren auch verändern und verändern muss, das wäre doch schlimm, wenn ich noch die gleichen Kriterien, die gleiche Haltung von vor 20 Jahren hätte, das wäre doch eher ein Stillstand von der Ignoranz, das haben wir nicht. Gleichwohl, wir haben und wir müssen auch anhand von ganz klaren Prognosen und auch die abgeleiteten Bedarfe unserer Infrastruktur bauen und planen, und das machen wir, ganz ohne Schaum vor den Mund und vor allem ganz ohne Ideologie. Das gilt für die Verkehrspolitik und übrigens auch für jeden anderen. Und ja, es wird so sein, das ist auch kein Geheimnis, angesichts von Planungskapazitäten, angesichts auch von Baukostensteigerungen. Da wird es doch von Jahr zu Jahr auch wichtiger, die richtigen Entscheidungen für eine zukunftsfähige Mobilität zu treffen. Das gilt für die Straße mit dem Schwerpunkt auch Sanierung, das gilt für die Schiene, das gilt für die Wasserwege. Und vor allem gilt das, dass es eben kein Wunschkonzert ist. Wir haben das klare Ziel, ja, den klimafreundlichen Verkehrsträger Schiene vor allem zu stärken. Das steht im Zentrum unserer Infrastrukturpolitik. Aber, und auch das ist Lebensrealität, natürlich wird auch Straßenverkehr auch angesichts von prognostizierten Mobilitätsentwicklungen weiterhin eine Rolle spielen. So, nun haben wir auch gemeinsame Ziele im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir werden auch nach dieser Landtagswahl weiterhin gute Lösungen finden. Das Ziel ist es jetzt, auch endlich Stau aufzulösen, den die CDU, CSU da zehn Jahre lang im Bundesverkehrsministerium produziert hat, meine Damen und Herren. Und das Wichtigste ist, zum Schluss der Debatte, die ja auch verschiedene Bereiche und vor allem verschiedene Ideologien gezeigt hat, Was ich falsch finde, wir brauchen überall einen Ausgleich von unterschiedlichen Interessen. Nur so geht gute Mobilitätspolitik. Vielen Dank. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Und ich frage, wer stimmt für die Überweisung? Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke, die CDU, CSU und die AfD. Enthaltungen gibt es dann entsprechend keine. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Und damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 4545 nicht in der Sache ab. Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. Falls Sie noch weiteren Aussprache Bedarf haben, was mir fast so scheint, bitte ich Sie, das woanders zu tun. So.